Sexsucht betrifft Personen, die ein vermehrtes sexuelles Bedürfnis haben oder aber vermehrt sexuell aktiv sind und sich diesbezüglich schädigen. Das heißt, sie etwas machen, wo sie sich selber körperlich oder finanziell schädigen oder aber auch wo es diesbezüglich zu zwischenmenschlichen Problemen kommt. Wie Sie gemerkt haben, habe ich hier keine Frequenz genannt, ab wann man von Sexsucht spricht, sondern das muss man sich individuell anschauen.